Prozent nein nein ja war der Baum und konnte auch da und da hat er kommt sofort kommt die BDF und da da kommt sie mit dem Ort nein was zu sagen Prozent weiter ein paar Wiener 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 die Haare auf dem Alter Scheißer als er der S nicht weh haben aber auch ist klar bei mir ja natürlich ja ich bin er ist ein falscher Richtung ja weil ich nicht sie haben als scheiße und können so bis dahin aus dann aber auch er hat er hat sich ein bisschen abgeteilt wir haben da war ein bisschen in die jahre ich habe es auch so gut man geht das nächste das hat überlegt was er auch einfach mal nur die Schäden das ist das Schlau, das hat sich in der Brücke versteckt Brücken, Brückenfahrzeug, du, ey äh, du verlässt das Schlachtfeld gleich nicht mehr meine Fresse, ey sind immer noch da Alter, das der gegnerische Panzer kann nicht sein kann nicht sein, das der gegnerische Panzer war was, wo? was, wo? Unterbrücke äh, sieh mal ein bisschen mehr bitte oder ich will da kein Mann drauf ne, nicht mehr, bitte sogar fair abweg okay, ist tot das aber noch einer also unsere Gruppe oh, wie sie alle hochrennen wollen, ey wie sie alle abknallen, man das hat ja immer mehr ey, der Schiebschi kommst klar, du kannst ja, du kannst ausschießen, weißt du scheiße, dumme leid ab mich rechtzeitig hinziehen können ah, man na, nochmal, was soll wir noch mal hin aber wenn du es mal es ist mir egal oh, diese ne Gegner einfach reinhalten kein Sehner, einfach reinhalten, einfach in den Rauch halten wo ich sie höre so, wo bist du? bin hier was da willst du jetzt fliegen, oder? ist mir egal na komm, das darf ich mal jetzt fliege ich mal und du ballerst Flüschballer, ballerst du, Alter machst du es eigentlich aus der Cockpit-Version, oder wenn du einmal Zägel drückt hast? ne, aus der Cockpit-Version dann mach ich mal mal 10, dann siehst du mehr aber aus der Cockpit-Version fliege ich besser oh Gott tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid ok, ok, ok da, vor uns vor uns, der Link steht ok, stand, stand Panza vor uns nein 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 warte 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 diese Stinger erwischte ich sowieso nicht, weil, ne zwei wärme Signatur da vorne aber der Teil ist platt die Stinger also vor der Stinger brauchen wir jetzt keine Sorge ja ey dann zieh doch mal vor uns gut gut ich muss doch mal zurück den Posten einnehmen ja warte doch mal so jetzt kannst du es alle besser abkennen was sind die Stinger der Panzer scheiße ja okay raus 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 sorry naja das ist ebenso äh wo ist denn da hin? hier hinten wir haben als Bordomarische Scheiße ich darf mal noch ein paar andere in meinem Team ein ja ja mach mal vielleicht wird er da ich habe mir eine bessere Chance oh guck mal guck mal drumherum ab sogar die allerersten da okay war geil statt nur den Motor also ja ja bin schon bin schon da ja bin schon da bin schon da da holg mich hier raus keine Chance ne geht ja nicht weil ey die 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 so das war was war es da ja ganzes abschießen ja 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 die Stelle und die Stücke, dreh dich ein bisschen, dreh dich ein bisschen! Kann die Stingerstellung, ja deswegen kann die scheiß Stingerstellung so nicht erreichen. Halt ruhig, verdammt, nochmal, na, also. Geht doch. Alter, diese Flagge, wie viel Schaden. Das ist noch mal einer vor, ein Scharfschütter. Der vor uns, der schiebt ja nur so schräg. Direkt vor uns, mein J, der genau. Ja, ich bin halt aus der anderen Version, aus der anderen Sicht, deswegen. Oh, shit. Stinger? Nein. Welches Stinger? Ja, welches Stinger eigentlich? Was, Stinger? Ne, Stinger, nicht Stinger. Ja, ne, welche Stinger, nicht Stinger. Ja, ne, welche Stinger, nicht Stinger. Ja, ne, welche Stingerstellung eigentlich? nichts. Bonds, L.A.V. Ja. Bonds, am Zaun, grade hinterm Zaun verschwunden an diesem awarenessen BOD wie und sagt was er noch nicht aufschießen und nicht erster loswerden zwar jetzt scheiße ich weiß alles muss man oh scheiße ich bin weg er war eben schnell 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 ja ja ich bin ja schon dabei Alter der war schon nicht schlecht aber da fehlt noch ein bisschen was oh ich hab mal so die Platte gemacht ja aber leider hat sich die Rechte um zu erobern wir müssen das Ding erobern ey ne ich würde auch so schnell nicht gehen weil die da alles bohren und alle das ist weiß ich weiß aber ist egal wir müssen da hinten wenn man das mal neutral machen ne neutral schaffen wir auch nicht weil die halt alle das bohren sobald man da war er hat du musst mehr an der Levy was willst du zuerst entscheide schnell ja drehen mal nach links ein Stück nach links scheiße zu viel ja warte 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 nimm deinen Panzer wieder den Panzer den wieder wenn ich bin der das hat sich erraten aber ich weiß dass sich ein bisschen die Ecke wollen wir haben die Panzer der Europäer und die 90 da ist er 3 an der Erwarten wo es hier schon wieder ich kann so nicht arbeiten wenn die Erdung hat so auf sich arbeiten abgab auf meiner Fresse ich bin direkt vor der Erdschrift Nein! Okay, so viel dazu. Vorsicht, Granate! Oh Gott, ja genau! Weißt du, jeder schießt auf dieses Scheiß-Elevy und ich krieg's ab. So komm, ich hab den Heli. Oh. Nicht auf den Kollegen schießen. Warum nicht? Doch keiner mehr. Ja. 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 Ja.